Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. In den modernen Musterparks der Seesteiner GmbH eröffnet sich dem Besucher ein steinerner Kosmos, der an Vielfalt kaum zu übertreffen ist. Wenn es um die Produktion von gediegenen Pflastersteinen, Terrassenplatten und Gestaltungselementen aus Beton geht, ist die steirisch-kärtnerische Firma eine sprichwörtlich in Stein gemeißelte Institution. Darüber hinaus erstellt man solide Mauer- und Böschungssysteme. So verwandelt das Vorzeigeunternehmen Gärten in Wohlfühloasen, öffentliche Plätze in ästhetische Anziehungspunkte sowie Industrie- und Gewerbeflächen in repräsentative Aushängeschilder. Auf einmalige Weise versteht es die einfallsreiche, ambitionierte Truppe, Stein mit Leben zu erfüllen und erschafft massive, edle Freiräume für die Ewigkeit. Bei den Projekten haben stets höchste Qualität, Umweltfreundlichkeit und die vollste Zufriedenheit der Kunden oberste Priorität. Seesteiner GmbH in Tilmitsch und Klagenfurt – um Steinwelten voraus.